Ein neues Video, meine Lieben, ein neues Update zur Mike-C's-Thematik. Es ist relativ viel passiert in den letzten Tagen. Es gab ein Q&A, es gab einen Livestream, der ein bisschen eskaliert ist. Es gibt ein neues Video, was er quasi das Geständnis nennt, auch wenn es eigentlich nicht das wirkliche Geständnis war und auch eigentlich die wesentlichen Fragen, die die Leute interessiert haben, nicht unbedingt beantwortet wurden, sondern es ging eigentlich mehr darum zu sagen, was ich für ein falscher 50er bin, was Yvonne für ein falscher 50er ist, was Ariel für ein falscher 50er ist, was Michelle für ein falscher 50er ist, was Michael für ein falscher 50er ist und darüber werden wir heute sprechen. Ich werde ein bisschen was dazu sagen, auch zu diesen Themen, die über mich im Raum stehen. Da habe ich es ja schon bei Instagram gemacht, aber das haben ja nicht alle mitbekommen und ich möchte mit einem Zitat aus dem Video von Mike anfangen, weil ich finde, das ist so ein bisschen das, was diese ganze Thematik sehr gut beschreibt. Ich glaube, dass er sich gar nicht dessen bewusst war, was er da eigentlich gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Zitat, es gibt mehrere Versionen im Internet, die Wahrheit und wie er es erlebt hat und darüber wollen wir heute sprechen. Es fing alles an vor ein paar Tagen, da hat er nämlich schon eine große Ankündigung gemacht zu diesem Video, das ging ja schon mehr als eine Woche und in den Fragen bei diesem Q&A ging es auch nur darum, da wurde zum Beispiel gefragt, wann denn nun dein Video, fiese Geduldsprobe für die Community? Da sagt er, wird gerade geprüft, ist sehr umfangreich, ich kämpfe für die Wahrheit. Dann hier zum Beispiel auch eine Frage, warum hörst du nicht einfach auf, sei schlauer als die Girls? Da sagt er, das ist keine große Kunst, schlauer als die zu sein. Die Wahrheit kommt, das Video lädt. Ich muss leider Gottes sagen und es ist wirklich nicht böse gemeint, ich versuche mich immer im Rahmen meiner Äußerungen zu halten, dass ich leider das Gefühl habe, dass er allen unterlegen ist. Aber das Problem ist immer, dass sich ja quasi dann Leute wie Mike als Beispiel also super schlau halten und der Boomerang dann immer zurückkommt. Und das werdet ihr auch merken, wenn wir jetzt über ein paar Inhalte über dieses Video sprechen. Zum Beispiel hier geht es auch um die Frage, warum so viel Krieg, wenn ihr euch eigentlich liebt? Da sagt er, wenn das Liebe sein soll, bleibe ich Single. Es gab über mehrere Wochen Versuche, sich zu einigen, aber eine Person beeinflusst sie und deshalb wird es wohl leider erst vor Gericht geklärt. Lag nicht an mir, Lösungen zu finden. Hashtag alles Kindergarten. Auch hier nochmal an dieser Stelle. Er sagt jetzt, dass wenn das Liebe sein soll, dann bleibt er lieber Single. Ja, lieber Mike, wenn das Liebe sein soll, dann bleibt bitte auf jeden Fall Single. Denn seine Frau quasi permanent runterzubuttern und auch mehrfach zu betrügen, hat wirklich nichts mit Liebe zu tun. Wir reden hier nicht von einem einmaligen Ausrutscher, der passiert ist, sondern es ist eine richtige Palette. Also, dass er das überhaupt noch so in den Mund nimmt und das versucht, negativ auf Michelle zu drehen, finde ich auf jeden Fall sehr krass. Dann kommt hier eine Frage. Ich glaube, das Video wird spannender als jeder Film. Also so als Aussage, dann sagt er safe, ja. Und dann hier die Frage, warum lassen du oder Franzi dieses Video nicht endlich striken oder meldet es als geistigem Eigentum? Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel über so ein Video spreche und über Sachen berichte, die öffentlich gepostet wurden, ja. Das ist natürlich kein geistiges Eigentum. Maximal mein geistiges Eigentum, weil ich ja dieses Video produziert habe, ja. Aber soviel dazu. Und dann sagt er, Strafanzeigen laufen bereits gegen diverse YouTuber und YouTuberinnen und sonstige Personen. Und jetzt werde ich mal was sagen, wie das in Berlin in der Regel läuft mit einer Strafanzeige. Das klingt immer so ein bisschen krass. Wir haben ja hier, das sind ja, ich sage jetzt mal Lapaien für Berlin, ja. Dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Schreiben, wo dann irgendwie drin steht, ja, äußern Sie sich zu diesem Sachverhalt. Entweder du äußerst dich dann dazu oder du äußerst dich nicht dazu, ja. Wenn du dich nicht dazu äußerst, dann könnte es eventuell irgendwann vor Gericht gehen, aber in der Regel wird es eingestellt. Wenn du dich äußerst, ist es genauso. Also, worauf ich hinaus will, dass unser Justizsystem oder alles, was generell mit Anzeigen etc. zu tun hat, dass das so überlastet ist, gerade auch hier in Berlin, dass das im Sande verlaufen wird. Ja, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Also, deswegen denke ich mir immer so, dass er das auch so postet. Strafanzeigen laufen bereits. Also, damit sagt er ja, dass er letztendlich davon ausgeht, dass das zu irgendwas führen wird. Und ich kann euch sagen, dass da gar nichts passieren wird. Das ist jedenfalls mein Bauchgefühl. Und selbst wenn irgendwas passieren wird, ja, und es irgendwann vor Gericht geht, dann glaube ich nicht, dass er da als Gewinner rausgehen wird. Jetzt hat hier auch jemand geschrieben, jetzt bin ich aber schon richtig gespannt auf das Video. Das sagt er, wir alle. Und dann hier wieder eine Aussage, mir tut das sehr leid für euch. Hoffentlich habt ihr bald wieder Ruhe vor dem Sturm. Ruhe vor allem, sorry. Sagt er, wünsche ich allen Beteiligten auch. Nur lasst es uns endlich zu Ende bringen. Das Beste kommt zum Schluss. So, was heißt, lasst es uns zu Ende bringen? Okay, gut, lassen wir mal so stehen. Das war es jetzt erst mal so ein bisschen. Wobei, nee, geht noch weiter. Sorry, habe ich übersehen. Was ist hier wichtig im Leben? Loyalität ist natürlich auch an Hohn und Spott nicht zu übertreffen, wenn man überlegt, dass er ja nun wirklich nicht loyal war. Dann hier nochmal die Frage. Meinst du, es geht für dich nochmal aufwärts? Und sagt er, es kann nur nach aufwärts gehen. Bin ja ein Kämpfer. Was ist das beste Format, in dem du mitgemacht hast? Und sagt er, alle Formate von Bunny Jai. Ich glaube, damit möchte er jetzt irgendwie die Hoffnung noch so aufrechterhalten, dass vielleicht wenigstens diese Produktionsfirma nochmal irgendwie mit ihm zusammenarbeiten möchte. Ich gucke jetzt, ob das irgendwie relevant ist. Hier zum Beispiel, hat das Video für dich dann Konsequenzen? Darf man überhaupt alles erzählen? Dann sagte er, da ja das Internet meinte oder diverse Personen, dass ein öffentliches Interesse vorliegt und sie sich an keine Persönlichkeitsrechte halten müssen oder ähnliche Sachen wie Chatverläufe, Sprachnachrichten, Fotos, Videoaufnahmen, gehe ich mal davon aus, mir steht das gleiche Recht zu. Und so soll es dann auch sein. Das ist natürlich wieder der absolute Trugschluss. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass ich das Gefühl habe oder mir auch da relativ sicher bin, dass er allen unterlegen ist. Denn er hat ja in diesem Video Sprachnachrichten von Frank veröffentlicht. Und das ohne Einwilligung. Das ist natürlich dann strafbar. Und dann irgendwie zu glauben, ich zeige jetzt mit dem Finger auf andere. Und weil die das machen oder irgendwas gemacht haben, es wurden ja von ihm auch schon mal Sprachnachrichten veröffentlicht, dann steht ihm das auch zu. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil es wird ja nicht das eine mit dem anderen aufgewogen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind ja unterschiedliche Fakten. Und wenn jetzt als Beispiel jemand gegen ihn vorgeht, weil er dieses Video veröffentlicht hat, dann sieht es schlecht aus. Also das meinte ich mit, dass er nicht sonderlich schlau ist bei einem Drum und Dran. Ja, aber ich glaube, so wirklich relevante Sachen kommen jetzt nicht mehr. Hier schreibt nur jemand, bist aber ein bisschen psycho, aber sehr attraktiv. Da hat er so ein, keine Ahnung, so ein witziges Emoji dazu gemacht. Ist tatsächlich ein bisschen witzig. Und dann kam es zum Livestream. Er war auf einer Oktoberfest-ähnlichen Veranstaltung. Auf mich hat es den Eindruck gemacht, als wenn er stark angetrunken ist. Hat er richtig Gas gegeben. Die Leute waren natürlich im Chat und dann war eine Frau drin. Ich gehe davon aus, dass das diese besagte Nadine aus München war. Die dann auch so eine, ich sage jetzt mal, öffentliche Drohung gegen mich ausgesprochen hat. So nach dem Motto, dass ich aufpassen muss, was ich mache oder wo ich hingehe. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Das haben auch viele andere so verstanden. Wo ich mir dann so dachte, okay, was soll das denn jetzt? Und dann hat er am Ende des Videos nochmal Frank Battermann und Boris Brandt richtig heftig krass beleidigt. Also wirklich so heftig beleidigt, dass man das auch anzeigen könnte, wo wir wieder beim Thema wären. Ob die das jetzt machen oder nicht, da kann ich jetzt nichts zu äußern. Genau. Auf jeden Fall hat er sich jetzt tatsächlich in dem heutigen Video bei den Jungs entschuldigt und meinte, dass es wohl irgendwie nicht so gemeint war und dass er da, glaube ich, einfach nicht in so einem guten Zustand war. Und genau, jetzt kommen wir hier schon mal auf so ein paar Sachen zu sprechen. Also, ja, es werden einige Tatsachen verdreht und damit möchte ich mal aufräumen. Also, es ist ja so, dass Mike zum Beispiel zu meiner Person gesagt hat, dass wir seit zehn Jahren irgendwie fast regelmäßigen Kontakt haben. Das stimmt tatsächlich nicht. Ich habe Mike das allererste Mal im September 2014 getroffen. Davon gibt es auch ein Foto. Das war das erste und für eine relativ lange Zeit auch das letzte Mal. Ich wusste immer, dass er existiert, weil er hat ja in diesem Künstler-Entertainment-Bereich so gearbeitet, habe ich ja auch gesagt. Er hat damals Michaela auch irgendwie oft für uns vermittelt und irgendwo hin verbucht. Das hat auch wirklich immer sehr gut geklappt. Und ich möchte auch sagen, dass über all das, was wir jetzt hier gleich sprechen, dass es nicht meine Intention ist, und ich werde es auch nicht tun, irgendwelche Sachen über Mike auszuplaudern, die er mir mal im Vertrauen erzählt hat. Denn auch wenn er das macht, werde ich nicht so agieren. Nur, dass ihr das gleich mal vorab wisst. Auf jeden Fall hat das damals immer alles gut geklappt, aber Mike und ich, wir hatten nie Kontakt. Dann hat er mich irgendwann, ich glaube, das muss im Juni gewesen sein, oder Ende Mai, im Juni 2021, hat er mich kontaktiert. Wir waren damals halt connected bei Facebook und dann haben wir halt die Nummern ausgetauscht und dann ging es so ein bisschen um das Sommerhaus. Da konnte ich ja nicht erahnen, wohin das geht. Ich habe dann damals das Video gemacht mit ihm zu Folge 1. Mehr habe ich ja zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen. Ich habe dann irgendwie auch Michelle kennengelernt. Und dann hat ja alles so seinen Lauf genommen, wie ihr das mitbekommen habt. Ich wurde natürlich massiv dafür kritisiert, dass ich diese Videos gemacht habe, damals auch von Yvonne. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass ich das alles, diese Kritik irgendwie nicht verstanden habe. Das war, glaube ich, mein allererstes Video, wo man jetzt sagen könnte, das war eine Person, die auf eine gewisse Art und Weise polarisiert hat. Und ich konnte das gar nicht so richtig realisieren, weil ich ja zu dem Zeitpunkt auch die anderen Folgen noch gar nicht gesehen habe. Und ich dachte mir so, wenn ihr das Video nicht gucken wollt oder wenn ihr das irgendwie verurteilt, dann guckt es euch halt einfach nicht an. Also so ähnlich sehe ich das heute auch immer noch. Und das hat uns natürlich ein bisschen, das hat uns schon so ein bisschen verbunden, muss ich ehrlicherweise sagen, auch so ein bisschen mit Michelle. Weil zu dem Zeitpunkt, klar, habe ich dann auch mitbekommen, dass das Verhalten irgendwie krass war und so. Aber irgendwie hat uns, muss ich euch sagen, hat dieses, dass ich da auch so massiv angefeindet wurde, das hat irgendwie so eine Art Connection geschaffen, würde ich heute aus der Perspektive von jetzt sehen. Ich habe damals aber auch zu Mike gesagt, dass ich sein Verhalten unter aller Sau finde und dass ich auch so eine Beziehung niemals führen wollen würde. Das habe ich ganz offen und transparent kommuniziert. Und ich glaube, das habe ich sogar damals auch in diesem Video erzählt, was ich mit den beiden gedreht habe. Auf jeden Fall hatten wir dann über diesen langen Zeitraum immer mal so ein bisschen Kontakt. Wir hatten auch wirklich sehr, sehr, sehr intensiven Kontakt. Und er hat sich mir anvertraut mit vielen Situationen, wo er irgendwie Probleme hatte. Michelle auch. Und ich hatte auch mal so eine Phase, wo es mir tatsächlich nicht gut ging. Und wo Mike auch ein Ansprechpartner für mich war. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ja, also ich weiß, viele haben schon gesagt, dass das meistens in Gesprächen immer so war, dass der Fokus auf Mike lag. Das würde ich jetzt so nicht unbedingt in meiner Erfahrung sagen. Also klar, es ging schon immer oft um ihn. Und meistens, wenn er mich angerufen hat, ging es auch irgendwie darum, dass bei ihm irgendwas ist. Aber das war ja okay. Ich hätte diese Gespräche nicht führen müssen. Aber er hat auch wirklich mir oft, ich sage mal, so per Telefon manchmal zur Seite gestanden, wenn es mir nicht so gut ging. Und wenn ihr mich so ein bisschen verfolgt habt, in dieser Zeit gab es da einige Momente, wo es mir einfach nicht so gut ging. Irgendwann im Sommer 2000, ich glaube, irgendwann im Sommer 2022 war das genau, hat er mich dann auf diesen CST-Truck eingeladen. Und da bin ich dann auch hingegangen. Ich wollte auch diese Organisation, von der er gebucht war, so ein bisschen supporten. Und klar, wollte auch ihn und Michelle supporten, weil Michelle war irgendwie auch da. Wir hatten ja zu dieser Zeit irgendwie eine gute Connection. Und wir haben uns natürlich auch ab und an mal über alle möglichen, keine Ahnung, Gerüchte aus der Branche unterhalten. Hast du das gehört? Da gibt es das Gerücht. Hier gibt es das Gerücht. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, dass ich nie irgendetwas ausgeplaudert habe, als Beispiel von Leuten, die mir nahe standen, von Freunden von mir, was jetzt irgendwie super, keine Ahnung, was jetzt super privat war, was ich nicht hätte erzählen dürfen. Ja, also genauso, wie ich mich natürlich mit Kilian über irgendwelchen GNTM-Gossip unterhalte, ja, wo ich gesagt habe, was dir das schon gehört, das sind alles Sachen, die im privaten Rahmen besprochen werden, aber die nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Einen Teil von dem, was er in seinem Video gesagt hat, habe ich so tatsächlich nicht gesagt. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass es gar nicht relevant ist, weil ich das ja nie öffentlich gemacht habe. Also nichts davon, was er sagt, habe ich öffentlich gemacht. Er hat das jetzt öffentlich gemacht. Er hat irgendwelche Leute benannt, wo angeblich irgendwas gewesen sein soll, ohne zu wissen, ob das stimmt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das stimmt. So viel nur mal dazu. Und ich finde es krass, dass er das jetzt öffentlich macht und das versucht, so ein bisschen umzudrehen, als wenn ich von irgendwelchen Freunden was ausgeplaudert hätte. Ich war mit diesen besagten Personen, um die es ging, zu keinem Zeit befreundet und hätte da auch niemals irgendwie irgendwas öffentlich gesagt. Das muss aber auch schon, keine Ahnung, zwei Jahre her sein. So viel dazu. Also, keine Ahnung. Das war auch so eine Situation, wo Mike mir natürlich auch manchmal Sachen gesagt hat. Das kann ich jetzt sagen. So, ich wusste durch ihn auch, wer ist irgendwie im Sommerhaus, wer hat damals im Sommerhaus gewonnen, so wer ist beim Promi-Büßen. Ja, das waren alles Informationen, die ich wusste. Und das kann ich jetzt auch sagen, weil das offiziell ist. Also, da gab es ja auch Screenshots, dass er das allen möglichen Leuten erzählt hat, was ich jetzt zum Beispiel nicht wusste. Ich dachte damals, dass das immer so ein bisschen private Gespräche zwischen uns sind. Ist aber auch egal. Es ist ja auch sehr gutes Recht, das überall rum zu erzählen. Aber genau, ich habe das nie öffentlich gemacht. Ich habe das nie gegen ihn verwendet. Und ich werde auch heute diese ganzen Sachen, die er mir so privat erzählt hat, nicht gegen ihn verwenden, weil es einfach, weil er mir da vertraut hat und mir teilweise auch so ein bisschen, ja, seine Seele sozusagen ausgeschüttet hat. So, deswegen verstehe ich jetzt ehrlich gesagt diesen Kontext gar nicht, weil ich finde, dass er diesen besagten Personen geschadet hat, indem er Gerüchte öffentlich gemacht hat. So, das ist so, wie ich dann jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt in meinem Fall nicht sonderlich relevant, ja, aber nur, dass ihr das mal so ein bisschen noch versteht. Ich zeige meinen Freunden nicht bei Instagram oder so, ja, aber alle in der, also alle in der Branche, das ist übertrieben, aber sehr viele, weil ich mit ihm auch auf öffentlichen Events bin, wissen, wer er ist, ja, die wissen, wie er aussieht und das ist ein total offenes Geheimnis, aber niemand spricht öffentlich darüber. Niemand spricht öffentlich darüber, ja, so läuft das einfach ab und die einzige Person, die tatsächlich nicht weiß, wer er ist und die ihn auch nie kennengelernt hat, ist Mike und da sollte man sich mal fragen, warum, weil ich habe meinen Freund ja schon seit 2022, also, wisst ihr Bescheid, ne? Das erst mal dazu. Dann auch zum Thema Selbstjustiz. Er hat ja gesagt, ich habe zur Selbstjustiz aufgerufen. Nein, habe ich nicht. Was ich gemacht habe und das kann man jetzt kritisch finden oder auch nicht, da bin ich total offen, da dürft ihr unterschiedliche Meinungen haben. In der Anfangssituation, nachdem dieses Video von mir öffentlich gemacht wurde mit Michelle und Ariel, hatte ich teilweise ein ungutes Gefühl, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen vor die Tür zu gehen und ich weiß, dass diese Frauen das auch hatten. Und dann hat mir eine Frau eine Nachricht geschrieben und gesagt, ey, der bewegt sich gerade hier in der Gegend rum, ich habe den gerade gesehen und das war quasi ein paar Meter vor meiner Haustür. Und dann habe ich einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, hey, auch im Interesse der Frauen, wenn ihr Mike irgendwo in Berlin sehen solltet, schreibt mir doch einfach mal bitte eine Nachricht, privat, dass ich weiß, welche Gegenden ich gerade meiden soll. Ich habe niemals dazu aufgerufen, dass das public gepostet werden soll. Ich habe nicht dazu aufgerufen, dass man mit ihm irgendetwas machen soll oder sonst was. Das habe ich nie getan und das würde ich auch nie tun. Das verdreht er jetzt an dieser Stelle. Und ich hätte diese Information ja auch nicht öffentlich geteilt. Das habe ich aber auch so hingeschrieben. Ich wollte es einfach nur für mich wissen. Ich wollte das für die Frauen wissen und that's it. Wie gesagt, hat nichts mit irgendeiner Form von Selbstjustiz zu tun. Ich habe keinen Aufruf gemacht, dass man mit ihm irgendwas machen soll. Würde ich auch gar nicht. War in jedem Fall auch gar nicht meine Absicht. Habe ich auch ehrlich gesagt nie wieder getan, weil die Angst oder Sorge dann so ein bisschen verflogen ist. Jedenfalls von meiner Seite. Dann gab es ja auch noch diese Situation mit den Telefonnummern. So, ich hätte von allen YouTubern im Internet die Telefonnummern weitergegeben. Es ist so gewesen, dass er damals mit verschiedenen YouTubern diesen Beef hatte wegen der Art der Berichterstattung. Also es war so 21. Lass es Anfang 22 gewesen sein. So, da hat er mich gefragt, wen ich so kenne. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht maximal von Saniel die Telefonnummern. Weiß ich nicht. Ich glaube, selbst von Saniel noch nicht. Ich hatte eigentlich fast nur mit Patrick, also Mr. Trash-TV-Kontakt. Mit Yvonne hatte ich Beef. Mike Jell kannte ich noch nicht. Den habe ich, glaube ich, auch erst im September 22 kennengelernt. Und mit allen anderen habe ich im Prinzip eigentlich gar nichts am Hut. Also Mark Neto, der da irgendwie auch genannt wird. Mit dem habe ich mich, glaube ich, noch nie unterhalten. Den habe ich auch noch nie persönlich getroffen. Nie kennengelernt. Hab nichts gegen ihn. Tana zu dem Zeitpunkt kannte ich auch nicht persönlich. Habe ich auch heute, glaube ich, tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, unterhalte dich doch mal mit Patrick, also Mr. Trash-TV. Ich kann mit dem gut. Ich finde, der ist entspannt. Und ich habe ihm die Nummer gegeben, was der Patrick weiß. Der Patrick weiß das. Und das jetzt so darzustellen, als ob ich von ganz YouTube die Nummern gegeben habe, die ich alle nicht mal habe. Also ja, klar habe ich jetzt die Nummer von Mike Jell. Klar habe ich die Nummer von Yvonne. Ja, ich habe auch die Nummer inzwischen von Tana. Und die Nummer von Saniel. Ich weiß nicht, ob ich die damals schon hatte. Ist auch irrelevant. Aber so viel einfach dazu. Ja, einfach mal um dieses Nummern-Thema. Als ob ich jetzt von ganz YouTube die Nummer... Ich habe mit den meisten YouTuber nichts zu tun. Ich habe aktuell mit Yvonne zu tun. Ab und an mal mit Tana. Klar, mit Mike Jell, weil ich mit ihm befreundet bin. Und that's it. Und Mike, und das hat uns damals übrigens auch so ein bisschen verbunden, wir haben uns auch oft über YouTube ausgetauscht, weil das war so ein bisschen die Zeit, wo er mit YouTube angefangen hat. Dann hat er ja diese Doku gemacht, da mit Michelle, die ihm er dann immer vorher gezeigt hat. Ich habe ihm Tipps gegeben, weil ich so meinte, ey, wenn du YouTube machen willst, wenn du dir eine Geschichte erzählen möchtest, dann go for it. Mach das. Es ist dein gutes Recht, das zu machen. Und das war auch immer so eine Phase, wo wir intensiven Kontakt hatten, eben weil wir uns einfach darüber ausgetauscht haben. So. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, dass er jetzt irgendwie auch gesagt hat, dass er seine Ruhe haben will, ist irgendwie auch vollkommen legitim, was mich jetzt trotzdem irritiert hat, weil er ja indirekt schon wieder ein potenzielles nächstes Video angekündigt hat, weil er ja auch immer permanent dieses Q&A macht und er ja irgendwie auch die letzten Tage immer so gesagt hat, so, ja, er möchte, er möchte irgendwas klären, er möchte irgendwie eine Einigung. Ich meine, ich habe euch das Q&A vorhin vorgelesen, ja. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwie seine Ruhe will. Und genau, hat er noch sehr viel über Michelle gesagt, dass sie aggressiv ist. Wahrscheinlich bezieht er das auf diese, auf das besagte Video oder auch auf die ein oder anderen Sprachnachrichten, was wir auch inzwischen alle wissen. Das ist keine Leak jetzt von mir, die er illegalerweise aufgezeichnet hat, also quasi, wenn sie irgendwie mal sauer war oder so. Aber dazu habe ich auch schon im anderen Video was gesagt. Dann hat er über die mentale Verfassung von Ariel was gesagt. So, fand ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen grenzwertig, weil ich finde, dass es jetzt in diesem Kontext nichts zu suchen hatte. Und er hat irgendwie gesagt, dass Yvonne ihm so ein paar Punkt-Po-Punkt-Fotos geschickt hat. Das war aber tatsächlich nur ein Foto vom Fuß, weil er wollte sie irgendwie anrufen und sie war in der Dusche und konnte halt nicht telefonieren. Und damit er ihr das glaubt, hat sie ein Foto vom Fuß geschickt. Also, so wie er das darstellt, ist es dann nicht. Was ich, wie gesagt, schade finde und ich habe das auch schon einleitend gesagt, dass er ja irgendwie jetzt groß angekündigt hat, das ist jetzt hier ein Geständnis-Video, es ist ein Aufklärungsvideo, er hat eigentlich weder was zu diesen Vorwürfen so konkret gesagt, er hat immer nur mal gesagt, dass irgendwie, dass es zu keinem Zeitpunkt die Situation gab, wo man hätte Angst haben müssen oder so vor ihm. Das hat er ein bisschen gesagt, aber er hat nie konkret etwas zu diesen Vorwürfen gesagt, die ja quasi Ariel und Michelle in dem Interview von mir geäußert haben. Ja, es ist ja eine Sache, ob du diese Drohungen äußerst oder ob du sie umsetzt, ja. Also, zu sagen, ich hätte es eh nicht gemacht, so, das ist die eine Sache, das nehme ich jetzt auch zur Kenntnis und nehme das so an, aber die andere ist ja, hast du diese Drohungen mehrfach ausgesprochen? Dazu hat er nichts gesagt, er hat auch nichts zu diesem Thema von Yvonne gesagt, ne, mit diesem, ich sage jetzt mal, dieses Säure-Thema, ihr wisst, was ich meine und wenn ihr es nicht wisst, dann könnt ihr euch denken, was ich darunter meine. Da gab es ja auch wo angeblich mal was, was er ausgesprochen hat. Also, das sind irgendwie all die Fakten, die nicht genannt wurden. Es geht in diesem Video eigentlich nur darum, wie schlimm wir alle sind und dass wir irgendwie alles verdrehen und dass er quasi, dass es ihm schlimmer geht als in dieser Luke-Mockridge-Sache. Das ist so ein bisschen der Tenor dieser ganzen Sache. Ich bin trotzdem noch an diesem Punkt, dass ich mir wünsche für ihn, dass er trotzdem Hilfe bekommt, weil auch wenn er das selber nicht anerkennt, finde ich, dass er einfach Hilfe braucht und ich finde, da ist auch nichts Schlechtes dabei. Also, ich habe auch schon mehrfach Hilfe von Fachleuten in Anspruch genommen. Ich fand das bei diesem Livestream, ehrlich gesagt, sehr krass, dass diese Frau quasi ihn auch so gefilmt hat, weil er hat ja selber gar nicht die ganze Zeit die Kamera gehalten, sondern er wurde ja dann irgendwann gefilmt, wie er angetrunken war und dann auch so ein bisschen rumgepöbelt hat teilweise. Das fand ich krass, wenn er immer davon spricht, dass er so gute Leute und Berater und keine Ahnung Bekannte in der Situation hat, hat mich das schon sehr schockiert, dass diese Frau quasi ihn in Anführungsstrichen insofern ausnutzt und ihn da vorstellt und bloßstellt und die Kamera draufhält und dann irgendwelche Sprüche klopft, wo ich mir so denke, das wäre die Situation gewesen, wo man jetzt eigentlich sagt, okay, ich nehme diesen Livestream offline, ich beende das an dieser Stelle und ja, und zu dieser Frank-Buttermann-Sache noch, ja, da wurden ja diese Sprachnachrichten veröffentlicht, was ich einleitend schon gesagt habe, das ist zum Beispiel auch ein Sachverhalt, von dem ich wusste, ich wusste, dass Frank damit Kontakt hat und jetzt haben da Leute so geschrieben, ja, es geht gar nicht darum, dass es heimlich war, sondern dass er, keine Ahnung, dann dadurch vielleicht ein schlechtes Gewissen hatte und sich irgendwie reinwaschen wollte, weil er irgendwie so gefragt hat, so, hey, wie geht es dir denn mit der Situation und kommst du klar, wo ich mir dann so denke, ja, aber selbst wenn, selbst wenn Frank jetzt irgendwie nach seiner Berichterstattung das Gefühl hatte, er muss sich irgendwie mal absichern, weil er jetzt irgendwie vielleicht doch ein schlechtes Gewissen hat, weil eine große Welle kam, dann finde ich, ist das doch total legitim, also, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm, ja, ich bin jetzt erstmal gespannt, was ihr zu diesem Video zu sagen habt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ich verabschiede mich für den Moment und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.